Daumen hoch für diesen Moment. Manuel Neuer ist wieder da, wo er hingehört. Auf dem Fußballplatz. Bei regnerischem Wetter dreht der Welterhüter am Dienstag auf dem Rasen an der Säbener Straße wieder die ersten Runden. Zwar noch ohne Ball, dafür aber mit voller Belastung auf dem Fuß. Und das ausgerechnet an seinem Geburtstag. Somit macht er sich selbst wohl das schönste Geschenk. Dieser Fortschritt ist der Ertrag langer und intensiver Reha-Arbeit. Die Neuer in der vergangenen Zeit absolviert hat. Mit dem festen Ziel vor Augen, endlich wieder auf den Platz zurückzukehren. Langsam wird sich Neuer jetzt wieder an die Vollbelastung gewöhnen, um dann schnellstmöglich voll einzusteigen. Wieder mit dem Mannschaftstraining sind am Dienstag Thomas Müller und David Alaba. Nach ihren Aufenthalten bei den Nationalmannschaften sind die beiden Bayern-Stars nun wieder nach München zurückgekehrt und bereiten sich mit der Mannschaft auf das Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund vor. usiast Mission Zuha homework Die der feine Musik Musik Das war's für heute.